Mittellode Ernsthaft? Ich hab ja gesagt heute mit Soundboards Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ruby Grim Eclipse mit Team Juniper In der letzten Folge haben wir mit der Hauptstory aufgehört und kommen jetzt bei den zwei neuen Abschnitten rein die wir ja das letzte Mal noch nicht hatten beim ersten Durchlauf und weiter geht's mit Team Ruby genau mit Team Ruby ja beim Ruby durchlaufen ja gut irgendwie indirekt nein nein du hast verloren nana die Schnauze kann man ins Wasser? kann man oh nein was ist das denn? wir werden hier von jetzt komme ich nicht auf den Namen äh ne der Deadpool das ist Deadpool ist das wir werden von Deadpool angegriffen Deadpool? ja die Dinger sind aus wie Deadpool deine Mutter sieht aus wie Deadpool ich feiere das gerade wup die kriegen irgendwie auch so null damage irgendwie gerade kann es sein dass man die irgendwie nur mit Fernangriffen den Angriffen schädeln kann oder auch äh alter natürlich ähm ja dann soll er herkommen ich schlag ihm so die ich schmeiß ihm so die Prügel raus so können wir die auch angreifen ja mit Sicherheit ja ja heute mal mit dem äh Drachenlord dein Ernst die Fresse einfach einmal die Schnauze kann aber wirklich sein ey und er hat mich noch im TS vorgemacht nana kann man hier runter springen? nana warte mal ich sag mal kurz Pokémon ab und zu Gras weißt du jetzt hab ich so wenig momentan gerade jetzt willst du dich spielen ne da kriegst du nen richtig Wuppi wenn ich hier hohes Gras seh vielleicht finden wir ja irgendwo äh einen Typ Null Typ Null erscheint Ulti! Autsch Rup warum? ähm mach mal schauen erscheinen reicht ok ja genau dann hast du bei mir echt die zweite Folge gesehen nice nana äh nein aber ich hab wieder ein Crash ja nice nana du ruft Queen of the Castle alter nana warte mal wir haben ein glückter Spiel ja sondert nana ab hahaha das denk ich auch boom hahaha werd dir gar gegangbanged ja ja wie wie war das natürliche Selektion ne hmmm nana ja ich versuch dir zu helfen nana as far as i can make a ruby great again make ruby great again nana 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 ja ich hab äh äh ähm Donald Trumps Soundboard ist leider ein anderes Programm haha aber ja ich hab ein Donald Trumps Soundboard I am back bitches oh gut ah scheiße I win I win I win was ich bin tot nein bist du nicht gewesen nein bist du nicht gewesen hohes Gras ein wuffelt gotta catch em all nana już ich curry ich kann mich auf ich ist aktiv neue levels was für einen klopf habe ich gedruckt ja es ist gut Führer Führer? FÜHRER ja heute ne wooby let's play together mit Hitler und Drachlord den FÜHRER ja den haben wir doch mit Cyber stimmt eigentlich ja ein Bananambitanzverbot oder Rob oh mein go du vergleichst dich mit diesem Schlappschwand das ist halt einfach der größte Lappen auf YouTube Hashtag MC Lappen Let's Player er hat ja eh was gegen Let's Player ne? ne der hat gegen alle was aber gegen Let's Player halt nochmal besonders I got it es ging gerade schnell bei mir der hat esgelated quickly ja ich hab die Agro von allem hier glaube ich irgendwie ja ich hab's auch gefühl Jui 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 Juuuums Wau mal mit Wau mal mit beiden Bossen die Agro alter ohne Witz man warte äh wenn ich das dir ging das ja B hehehe Boah ich muss grad weg ich muss grad weg ok jetzt ist so Multi jetzt nicht so super aber können wir machen oh wie laut ich bin ich bin wo ist broker ich bin ich bin ich bin du 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 was denn entweder ist pokémon drachenlord oder irgendwas anderes auf sammel oder alle 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 drei waren ja kann man wer knopf drücken okay mein typ ist leer leer ich habe gerade mein körper reingucken können da war nix drin ja ja ich bin einfach so geil wenn ich alles nicht mal sogar den baro team name ich habe irgendwie das im kopf dass das mal ein team name war keine ahnung kann aber sein das gute ist dadurch dass wir es jetzt einmal erwähnt haben können wir das jetzt in den titel packen irgendwie so ruby war oder so eigentlich hätten wir uns team julipa nennen müssen ja aber das hätten zu wenig leute gekannt scheiß drauf weil er ist nur einmal im jahr der schnauze mann war ernsthaft warte mal halt doch bitte einmal die fresse weißt du ich hab's dezent gefeiert ja ja das hat so der einzige der mit dem ding kuschelt ja weil ich nahkämpfer bin und wenn wir alle durchgehebt ich habe beide hauptattribute fernkampf aber ich habe zwar die pistolen aber das war es auch da kann man schon mal klatschen das war richtig gut gerade von dir der move ja genau der kann ich über das gitter ich war ja diese kronen stimme gerade moment ich kenne die stimme laura musst du so dumm nachfragen ja laura presenana spielt jetzt melo das lustiger ist ich habe ja gerade ein wein neben mir stehen es wird kein melo oooohh nooo ja diese lebenden rasierklingen wieder ne ich entschuldige das ist die beyblade eber ach ja stimmt ja 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 damit hast du recht ja das stimmt let it rip let it rip let it rip äh falsches spiel würde ich sagen aber naja falscher film ja gut ja gut aber das gibt es auch heute spiel ja gut das ist halt so ein typisch beschissener spiel zum film aber es gibt es dieses dieses diese 08 15 jaja so wie damals halt auch zu dingens gab äh harry potter und so ja wobei die harry potter da gab es ja diese lego spiele die waren sogar ganz gut fand ich die waren richtig geil ja 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 aber da kriegst du halt wirklich bei jedem Video nen Strike, weil ne das ist die Musik, das ist das Bild, da ist einfach alles gestrikt. Ey bei vielen von uns gerade konzentrieren ey. Ich bin gerade am Essen, ich konzentriere mich hier. Ernsthaft? Sehr gut, Cyber, kennst du auf jeden Fall, das Teamarbeit ist super. Ach so, da sind Wellen und ich weiß das nicht. Ja, nice ne, also Wann war es auf jeden Fall im Spiel, also Wann war es super. Wann war? Hm? Ich würde dich deine Dummheit lobt reichen, ne? Hm. Das steht links oben. Hm, ich hab's auch gerade gemerkt. Ich, äh, ja. Okay, ich bin dumm. Glückwunsch. Du darfst nix sagen. Was denn? Du bist Nora, das reicht schon, Nana. Hahaha. Ja, das ist allerdings wahr. Ey, dafür kann ich hier, äh, äh, Brummkreisel machen. Das ist mir scheißegal, du kannst nerven, das ist eins, was du gut bist. Du bist die Tracer des Ruby Universums, Alter. Oh, meine Nase juckt. Nein. Du musst dann wieder Cux schnupfen. Oh. Cux schnupfen? Alles klar. Ah, ja, die Leinwand. Oh, schlack, mach schlack, mach schlack, mach. Jetzt hasche, hasche, natasche, hasche immer was naschen. Ja, genau. Hey, Nana. Will Freya. Einfach mal Probe bezogen jetzt, ne? Warst du schon bei Professor Burnett? Bei wem? Burnett ist doch ein Charakter von... Bei... 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 Ein... Einfach mal Probe bezogen jetzt, ne? Der Name sagt mir gar nichts. Ja, egal, wenn du da bist, ne? Die Olle ist mindestens genauso wie Intelligenz Vitali hab ich rausgefunden. Ich hatte nämlich auch keinen Plan, dass der Kukui, ähm, ähm, Roel Maske, Maske Royale ist, ne? Ernsthaft? Ja, ich hab genauso wenig einen Plan. Nach der zweiten großen Prüfung und dann hab ich so der Satz so, Mann, ich frage mich, wie Roel Maske Royale unter der Maske aussieht. Das ist dein Ehemann! Ospin und Merlo. Äh... What the fuck? Hashtag Quartschritt. Hashtag, äh... Neuesachen in... Für Staffel 4. Hashtag Neuland. Achja, ne? Werbung hier, guckt auf unseren Kanal, ne? Wenn Varo kommt. Also... Escape. Escape. Escape, genau. Äh... Wir sind Hashtag Neuland. Also Team Hashtag Neuland. Also nicht Cyber, Cyber nicht. Der ist... Ich bin nur geil. Der ist, äh... Nebencharakter. Ja. Ich bin einfach geil, darum bin ich nicht dabei. Auf wen bist du geil? Ich bin ja. Äh... Du bist so geil wie, wie ein Stück Fisch, ey. Wie ein Fisch. Ich bin so geil wie ein Hattikal, Alter. Ey. Du bist so geil wie so ein, äh... Ibi-Tag, ey. Ibi-Tag, ey. Ibi-Tag. Ja. Weißt du, Nana, heute fang ich mir ein Pokémon, ne? Mhm. Ich dachte, du fängst ja heute irgendwie so HIV. Nee. Weißt du? Und der Vieh hat den besten Pokélexeintrag. Mit der Wasserblase so im Kopf macht, gibt es den Gegner eine Kopflos. Kleine Pokémon werden davon abgezogen und ertreten darin. Sagen wir so, Jo, ne? Ich-I-Sie. Das hat aber so ne Wasserblase am Kopf. Und damit er so auch manchmal so kleine Pokémon. Das heißt, wenn der Tender hinläuft, kriegt ne Kopflos. Ich denk mal ein Spoink. Jetzt muss man dauernd springen. Also das wär so ein scheiß Leben, ne? Ich bin Beowolf. Halt dich fresse. Du bist behindert. Das ist halt so, wenn du bist. Ja. Ich stimme dir zu. Wuh! 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 , da kann mich mal jemand aufheben? Danke! Nein, 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 nein. W 완전 wahnsinnig. Einfach liegen lassen! Einfach liegen lassen! Einfach liegen lassen! Einfach! So, it's time for H�uu. Was du. Ich hab ne Ulti gemacht. W risjo erwähnen. In aller Welle. Geschafft. Weiter geht's! Das ist das Ende vom Level, glaub ich, gut. Ich höre aber durch diese Balls. Balls of Steel. Hab ich auch. Also, also, auf Zahlen. Also, ich merke gerade, ich bin auch leer. Bitte was? Ja, du sagst, du bist leer. Und ich hänge gerade in... NANA! NANA! Der magische Stein! I've got Balls of Steel. Ich sag doch, ich hab das. Romischer Freicheld. Und damit ist die Folge auch beendet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschau! Tschüss! Übrigens, meine Uhr sagt gerade 2016. Ja, da sind wir auch. Sind wir den Juh alle bereit? Achso, ich muss den Juh auch dann mal aufmachen.